Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Die Wellen schlugen hoch, als das Bundesarbeitsministerium auf Nachfragen veröffentlicht hat, dass etwa 9,3 Millionen Beschäftigte in Deutschland nach 45 Arbeitsjahren weniger als 1.500 Euro monatliche Rente beziehen werden. Das ist knapp an der Grenze zur Altersarmut. Man kann die Aufgeregung darüber natürlich sehr gut verstehen und bei mir begrüße ich jetzt Klaus Wicher. Sie sind der Hamburger Landesvorsitzende des OVD, des Sozialverbands Deutschland. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, was sagen Sie dazu als Sozialverband? Ja, wir haben davor gewarnt, wir haben das ja kommen sehen, dass sich das so entwickelt. Das überrascht nicht wirklich. Und 9,3 Millionen von 22 Millionen von Vollzeitbeschäftigten insgesamt ist natürlich sehr viel. Darunter sind im Übrigen auch viele Frauen, deren Rentenansprüche immer noch mal ein Stück niedriger ist. Und 1.500 Euro, gehen wir mal davon aus, als Rechenbeispiel, bekommt man ja nicht ausgezahlt, sondern geht ja noch Krankenversicherung, Pflegeversicherung und der Rest ist steuerpflichtig runter. Also das sind Renten, mit denen man, wenn man nur diese Einnahmen hat, manche haben ja mehr, wenn man nur diese Einnahmen hat, kommt man nicht über die Runden. Hamburg ist teuer. Hamburg hat auch jetzt steigende Mieten. Jetzt sind gerade die Nachtzahlungen für die Nebenkosten reingekommen für die Mieterinnen und Mieter. Und da sind einige schon sehr erschrocken und können das gar nicht fassen, wie viel Geld das ist. Ein Beispiel, eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern eine Nachtzahlung von 1.600 Euro. Und die hat Einkünfte in Höhe von 1.600 Euro. Das geht nicht. Das ist nicht zu schaffen. Die muss sich sehr einschränken mit ihren Kindern und wird natürlich mit ihren Kindern den Anschluss an die Gesellschaft verlieren. Also wir fahren in erhöhte Altersarmut, auch für Männer, wenn nicht zusätzliche Einnahmen da sind. Das ist ja so. Wir können uns auch angucken, die Entwicklung der Grundsicherung im Alter. Das sind ja diejenigen, die mit ihren Einkommen nicht mehr klarkommen, also mit der Rente in der Regel. Und zusätzlich Leistung vom Staat benötigen. Und die Zahl ist auch dramatisch angestiegen. Also die hat sich von 2005 auf heute fast verdreifacht. Und die Zahl der Frauen nimmt daran natürlich erheblich zu. Wir haben heute über 31.000 Menschen, die Grundsicherung im Alter... In Hamburg. In Hamburg, ja. Bundesweise natürlich noch viel mehr. Die Grundsicherung im Alter beziehen müssen. Dazu kommen dann noch Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentnerinnen. Wenn ja mal ausgelassen sind, aber auch Rentner. Denen geht es oft noch viel schlechter. Und... Was sind das für Rentner? Erwerbsminderungsrentner? Das sind Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterarbeiten können. Vorzeitig aufkommen müssen. Vorzeitig. Also auch jünger sind. Und dann in... Oft in Altersarmut kommen. Also nicht in Altersarmut, sondern in Armut kommen. Ich wollte nur sagen, das sind ungefähr 19.000. Wir haben also über 50.000 Menschen in Hamburg, die zum Teil alt sind, Renten beziehen und mit ihren Einkünften nicht klarkommen. Und das ist eine dramatische Entwicklung. Und die ist noch nicht zu Ende. Das sehen wir ja gerade. Also wenn ich Sie richtig verstehe, und da stimme ich auch total zu, ist, dass wir sehen in Augen es in ein totales Rentenchaos wandern. Die Frage ist, was kann man tun, damit das nicht so vielen Menschen so schlechtern geht? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden? Damit sich das perspektivisch und die ganzen Babyboomer fangen ja erst an, in Rente zu gehen, dass sich das nicht so dramatisch tatsächlich darstellt. Ich würde das nicht als Chaos bezeichnen, sondern das ist eine Entwicklung, die absehbar ist. Schon lange, ja. Die ist schon lange absehbar. Es gibt ja auch Wege, die beschritten werden, also sozusagen in Anführungsstrichen die Aktienrente, die wir konsequent ablehnen, weil das nicht die Lösung ist. Das, was wir anstreben, ist die Erwerbstätigenversicherung. Das heißt, alle zahlen ein, das ist so wie das österreichische Modell in etwa, alle zahlen ein, dann hat man auch einen größeren Kuchen, der verteilt werden kann. Alle sind auch Beamte dann gemeint? Sind auch Beamte gemeint. Das hat auch was zu tun mit Gerechtigkeit, dass man guckt, dass alle gleichmäßig sozusagen damit bedient werden. Sind aber auch Bundestagsabgeordnete und Selbstständige. Für Selbstständige ist das oft eine Verbesserung. Ich denke an die Soloselbstständigen, die ja oft gar nicht in die Rente eingezahlt haben. Wenn man das als Pflichtleistung nimmt, dann haben die auch Anspruch am Schluss auf eine ordentliche Rente. Und dann, wenn der Topf größer geworden ist, dann kann man die Verteilung auch besser vornehmen. In Österreich sind die Durchschnittsrenten zu Beginn ungefähr 700 Euro höher im Durchschnitt als bei uns. Und das beachtlich. Was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn so viele Menschen letztendlich nach vielen Jahren der Erwerbstätigkeit in Altersarmut enden? Naja, es spaltet die Gesellschaft in diejenigen, die auch immer reicher werden, das ist auch zu sehen, und in die, die immer ärmer werden. Wir sehen ja, dass der Mittelstand bereits auch absteigt. Und wir haben Zahlen vom Deutschen Giroverband und vom Deutschen Sparkassenverband, die ganz deutlich aufzeigen, dass ungefähr 40 Prozent aller nicht mehr sparen können und nichts auf dem Sparbuch haben. Das ist dramatisch. Und es gibt im Moment, weder von der Bundesregierung noch aus Hamburg, Signale aus der Politik, wie man diese Umkehr schaffen kann. Das wird das Sprengstoff für die Gesellschaft. Also unabhängig davon, dass die Menschen natürlich schlecht leben, sich schlecht kleiden können, die Lebensmittel nicht so einkaufen können, dass man gesund davon leben kann. Und unabhängig davon, oder auch von bestimmten Dingen ausgeschlossen ist, nicht ins Theater, nicht ins Kino, also auf vieles verzichten müssen, insbesondere geht es ja auch um die Kinder. Wir haben ja einen Facharbeitermangel im Moment. Und der wird nicht morgen vorbei sein, sondern da wird es darum gehen, dass wir unseren Kindern gute Zukunftsperspektiven aufzeigen können. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich will noch einen Satz sagen zur Kindergrundsicherung. Lange versprochen, kommt jetzt wahrscheinlich 25. Und sie wird nicht das Ausmaß haben, was wir brauchen, damit wir den Kindern eine Zukunft bieten, dass sie sich in unserem Staat wohlfühlen können. Hier muss Politik richtig nochmal angreifen. Herr Wichert, ich würde gerne nochmal auf die Ein-Euro-Jobber kommen. Das sind auch Menschen, bei denen nachher am Ende des Erwerbslebens nicht viel dabei rauskommen wird. Das wissen Sie schon lange, die ganze Zeit. Da soll aber auch noch gekürzt werden. Was ist da genau geplant und warum? Also es ist ja angesagt worden vom Bundesfinanzminister, dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Die steht im Grundgesetz, er hat auch recht. Solange das so ist, muss das geschehen. Man kann natürlich die anders interpretieren. Dazu besteht aber im Moment keine Bereitschaft. Also als Notstand mit dem zurückgehenden Wirtschaftswachstum und so weiter. So und jetzt hat er die einzelnen Ressorts gebeten, Sparvorschläge zu machen. So und jetzt machen die alle Sparvorschläge. Und für Hamburg bedeutet das, dass 15 Millionen im Jobcenter-Etat eingespart werden müssen. Also bei den Langzeitarbeitslosen, wir haben ja eine wieder sehr große Zahl. Wir haben 57.000 Menschen, die Langzeitarbeitslos sind, also die Leistungen bekommen aus dem Bürgergeld. Und das ist ungefähr so viel, wie wir sie mal hatten, als die Finanzkrise war 2008, 2009. Das haben wir schon erreicht. Jetzt stelle ich die Frage, die sich immer an dieser Stelle... Und die Veranstaltung ist noch nicht zu Ende. Die Frage, die sich immer an dieser Stelle stellt. Einerseits ganz viel Kräfte, man muss ja nicht sagen nur Fachkräftemangel. Kräftemangel und dann relativ viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, das lässt sich nicht zusammenbringen. Es gibt immer Wege, wie man die Menschen auch sozusagen befähigt, bessere Arbeit zu machen als jetzt. Aber man muss wissen, dass diejenigen, die vor allen Dingen lange arbeitslos sind, nicht mehr so stabil sind. Also da geht es um die Grundstruktur des Täglichen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Fähigkeit, sich weiterzubilden, weiterzubefähigen. Da sind viele Fantasien unterwegs. Dass man sagt, naja, den bieten wir das an und dann haben wir die Facharbeiter-Situation gelöst. Das wird so nicht gehen. Die Menschen sind froh, dass sie zum Teil diese Ein-Euro-Jobs haben. Das gibt ihnen Tagesstruktur und das gibt ihnen Halt und sie fühlen sich gut aufgehoben in dieser Gesellschaft. Und das ist das, was sie schaffen können. Und deswegen brauchen wir die Ein-Euro-Jobs. Und hier in Hamburg werden sehr viele wegfallen. Und es gibt ja ein zweites Problem damit. Gibt es ein Nachfolgemodell für einen Euro-Jobber, dass man sagt, das gibt es nicht mehr, dafür bieten wir was Neues an? Ja, es gibt ja, neu nicht, aber es gibt die 16 I und 16 E-Möglichkeiten. Das heißt, man gibt Lohnkostenzuschüsse bis zu fünf Jahren. Und das Problem bei der Geschichte ist, sie müssen erstmal einen Arbeitsplatz dafür finden. Und bei vielen ist es eben so, die können diese etwas einfachen und nicht so anspruchsvollen Tätigkeiten machen. Darüber hinaus wird es schwierig. Und da sehen wir auch sozialpolitisch große Probleme, weil die sind nämlich beschäftigt in sogenannten Sozialkafés, in Sozialkaufhäusern, in Essenausgabestellen und so weiter. Das heißt, das bröckelt alles in den Bezirken weg. Und zwar in den Bezirken, wo wir auch jetzt schon große Probleme haben, wo wir Armut haben. Wir haben ein Sozialkaufhaus im Ostdorfer Born. Und auch dort fallen solche Möglichkeiten weg. Und wir können das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen und fordern Hamburg auf, ihr müsst einspringen dafür. Ich würde gerne noch eine Frage loswerden, Herr Wichermann. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass immer mehr Menschen Unterstützung brauchen. Ist das richtig? Bildet das so ab, was Ihre Erfahrung ist? Das ist so. Also die Zahl derjenigen, die Bürgergeld bekommen und die Grundsicherung im Alter bekommen, aber wir kennen ja auch Wohngeld beispielsweise, das ist eine gute Sache, keine Frage. Die Zahl nimmt zu. Und wir sind ja in eine Rezession geschlittert. Und wir wissen auch, Arbeitslosigkeit baut sich am besten ab, wenn die Konjunktur gut läuft. Das heißt, wir müssen sehr viel dafür tun, dass die Konjunktur in Gang geht. Aber in der Zwischenzeit, ich erinnere nur an Keynes, dann, wenn es schlecht läuft, muss der Staat zusätzlich investieren. Und das ist hier erforderlich, auch um unsere soziale Stabilität zu halten. Und wir wissen ja auch gar nicht, wohin diese Menschen driften. Und die gesellschaftlichen Spaltungen ein Stück weit einzudämmen. Herr Wicher, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und liebe Zuschauer, das war schon wieder von Nachgefragt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.